Sanctuary Okay, so kann man es auch machen Wut? Dose zerknüllen und hinter sich schmeißen Wie praktizierst du sowas? Ich hab Pfand drauf, ich tu den in die Tasche Stimmt, wie schrecklich ist das denn? Habt ihr sowas nicht bei den Mözes? Nein, nicht auf Dosen Du Umweltverschmutzer Ja, ich lebe mich hart Aber wir sind Hirte, wie man sieht So Bumchke 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 wo wo Pfff Tsk 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 Wobei die Korrisions-Infinitions sind ja relativ selten, ne? Das wird noch schlimmer werden, ehe es besser wirft. Wow! Saga! Wenn du nicht brauchst, dann gibts ein bisschen Mübe. GMP-D. Komische. Das ist echt. Wieso uns jetzt alle zugucken, ne? Ich bin voll, nimm's dir raus. Äh, so. Jetzt der Vergleich Waffen. Wow! Verdammt, wer hat die Clubtrap-Einheit hier reingelassen? Das war nicht so schwer! Ich hab den Infinity für dich. Ja, Paddy. Okay. Und zwar, warte, schmeiß ich hier hin. Warte, ich muss auch mal kurz eine wegschmeißen. Da, liegt hier in der Elke. Guck mal da. Scheiße, jetzt hab ich ne falsche ausgerüstet. Wie kann man denn die Sachen wegschmeißen? Q. Rechtsklick, fallen lassen. Rechtsklick, fallen lassen oder mit Q? Mit Q, ja, genau. Da. So, und wo liegt die Waffe? Da. Hä? Die hier, die hier liegt? Die Raffel? Nein. Die hast du da bestimmt gerade nicht müssen. Ach, hier. Da. Danke. Jetzt möchte ich noch rausfinden, welche das war. Da ist sie doch, oder? Ne. Nein. Da. So. Boah, was sieht denn hier draußen alles, ey? Das ist wundervoll. Oh, super. Ne Electro Infinity hab ich jetzt auch schon. Okay. Gibt's eigentlich nicht Slag Infinity? Ne. Nein. Schade. Okay, voll. Einen Raketenwerfer. Ist das denn Nuke, oder? Ja, Nukem. Den nehmen wir schon mit. Du nicht brauchst. Ich nicht. Ne, ne. Kannst du mitnehmen. So. Dann kann ich hier eine verkaufen. Zuck. 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 Beiden. Ab, ne. Zuck. Ne. 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 Das verkaufen wir. Okay, ich hab ein Badass-Ring bekommen. Gar nichts. Wenn du noch nebst, sehe ich zu, dass es so bleibt. Könnt ihr mal gucken, ob ihr ein paar Badass-Tokens habt? Ich hab' die Mackie, Sven. Zwei Stück hab' ich. Warum? Traumlos. Äh, könnte ich ja Treffer schaden und maximale Gesundheit. Mehr Stoff! Ich bin der Gegenwart eines Meisters. Ich bin der Gegenwart. Was kann ich für dich tun? Ah, sammelst du sie auf, oder was? Ich kann die verkaufen, warum nicht? Puh. So ne Herausforderung war das gar nicht. Das Maßnahme bringt jetzt mal 45% tr IIIs Noch ne Herausforderung bekommen. Badass-Ring, keine Ahnung was? Erreicht 250.000 Sparguthaben Das ist das nächste Oh, dürfte auch kein Problem sein Da wollen wir natürlich Badass ranbekommen, warum nicht? Ja, ja, natürlich Komm mal kurz auf, K Wollt du trinken wollen? Äh Irgendwie der Crash ist das Oh, ich hatte mega lag, ey Ich auch Wirklich erstaunt Zieh am Automaten Ich bin wieder da Ich bin wieder da Bippel So, jetzt doch einmal schnell umtauschen Gehen hier, Kohle, Kohle, Kohle Dann machen wir erstmal weiter Ja, würde ich sagen Ich brauche nur ganz ne Ich brauche da auch ne Ne, Level 12, ne finitivische Fein Ach so, hast du auch, ok Ja, nur ne Level 7 Ok, na, müssen wir noch ne Weile zocken hier Ja, das wird schon Ist wirklich selten Welche Welche? Die Infinity? Ja War noch seltener als diese scheiß, äh Dings Infinity Korrosion schauen Weil die bräuchten wir jetzt eigentlich, ne? Was, 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 ich verstehe nicht Die Korrosions Infinity bräuchten wir jetzt eigentlich Ja, die war fein Durch Ok, die kann ich verkaufen, die behalte ich Hier, hier Alex Wenn das Geld stimmt Ah, super, ok Das war das Ja, ok Na, mach mal noch weiter, kurz Kannst mal kurz am Dähnen Automaten spielen? Ok, was haben wir denn hier? Wenn du vernebst, sehe ich zu, dass es so bleibt So Bisseres Schild habe ich jetzt auch gekauft Hm Ah 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 Gefe mir, greif ich mir! Was ist der Beste, Ressgeset? Schönen Tag noch und tralala Der Parkutan war bis jetzt erst immer online Wahrscheinlich weil er keinen gesehen hat Ich weiß nur noch nicht wie ich hinbekomme dass ihr auch den Raum joinen könnt weil normalerweise habe ich hier nur mit dem Passwort versehen und muss allen Leuten die online sind erstmal 75 Powerrechte geben damit die auch sehen können dass die Leute im Raum sind Ich habe jetzt alles mögliche an Einstellungen probiert gemacht und getan aber ich krieg nicht hin dass ihr zum Beispiel diesen Raum joinen könnt Keine Ahnung Okay Ich glaube es hat ihn Angst zu leben Brauchst du doch eine Infinity? Warum nicht? Hast du noch eine gefunden da? Ja noch mit Feuer Das ist echt Nein er hat nur normale Infinity Den kannst du richtig Feuer in Infinity geben Doch noch Feuer Noch eine Feuer Noch eine Feuer Ja gerne Kann ich gerne hergeben Und lag Also ich kann Ich habe eh eine Feuer und eh eine und eh eine Elektro Eine Korrision wär mir schön Ja Patty der sammelt hier die ganzen Waffen auf und springt die wieder weg was Ja natürlich Ey das gibt Kohle und das gibt einen BDS Rang Neue Spielzeit Wo habt ihr die denn jetzt hingeschmissen? Wo haben wir nicht weggeschmissen? Ja voll Meinen nächsten Badass gibt es bei 250.000 Ja ich schmeiß es weg Aber dann Ich bin jetzt bei 196 Ach das ist doch schon eine Infinity Pally Ja so eine Eine habe ich Eine ok Gib ihnen die Feuer mit ab Ich habe hier eine mit Feuer Ne du hast sie Doch ich habe eine 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 andere mit Feuer Die lag eben hier draußen rum Ach dann schmeiß sie weg die ist Level 7 Was? Die ist Level 7 Tatsache Egal dann kann ich die verkaufen Feuerte 9 Ist besser Feuerte 9 Keine Geschwindigkeit Hehehe 1,7 Keine Feuer hat den 9 Ich be- 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 Die ist auf, die ist auch auf. Und auf. Schönen Tag noch und schalala. Kommt ihr da vorne, warte umgelegt? Ist das ein Kammerjäger? Ja, ich komm sofort. Wir können genauso gut gleich kapitulieren. Das ist ein Kammerjäger. Okay, die Sparguthaben, das könnten wir eigentlich noch kurz fertig machen. Okay. Okay. Und schon wieder ein BDS. 134 gemacht. Ah. Okay, verstehe schon. Anpassungsskin. Yo. Token einlösen, Akkampfschaden, Granatenschaden, Nachladegeschwindigkeit, Schusswaffenschaden. Hm. Sehr gut. Wow. Das ist ein guter Look-Ready. Dumm-Chicke, Dumm-Chicke, Dumm-Chicke. Äh, 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 weiter geht's. Dumm-Chicke, Dumm-Chicke, Dumm-Chicke. Boah, ey. Wir fehlen vier, vier, äh, Dingens. Ja. Ja, voll. Vier Dingens, äh, vier DICs sozusagen, ja. Das sind wahrscheinlich die, die nicht in dem, äh, Gesamtpaket dabei sind, oder? Ja, genau. Scheiße, also. So Weihnachtsabenteuer und keine Ahnung was. Ja, Halloween-Specher und so'n Scheiß, ne? Ja. Ah, Mann! Jetzt im Ermara, findest du irgendwo! Dafür hab ich gewürgt! Dafür hab ich gewürgt! Ich würge auch! Ja. So. das macht er auch jedes mal im battlefield ich brauche ein mitfallgelegen ich brauche nennt jemand oben am geschütz tötet ja ich habe keine lust oh Skin Anpassung Ja gut, scheiß so ruhig bitte. Sind wir schon da? Ja. Darf hast du hier ein Auto zukommen lassen? Ja. Wow, Bettmo ist auch wieder da. Das war nicht so schwierig. Nein! Boah, was hat der denn gedroht? Irgendwas mit 4000 Dollar Schaden. Black Hole. Super Name für das Schild. Echt? Ja. Ich kenn ihn noch gar nicht. Das muss ich gleich mal... Guck, jetzt ist das Inventar. Guck, ich hab irgendwas aufgehoben, was 4000 Dollar Schaden macht. Das geht mir ja für uns. Ja. Bist du drin? Ne, ein Granaten-Mod. Roland muss hier irgendwo sein. Du schaffst das ganz bestimmt. Trink dran machen. Lecker Arsch, ey. kasih super, ey. Pimmtschka. Bummtschka und bummtschka. Pufff! Nein! Komm mal denn her, Paddy. Ja, sofort. Ja, auf die Kaut drauf springen. Na super. Hast du den Kaut da? Ja. Gut. Ich werde dich töten, dir zeige ich's! Ich timese Tango mit dir! Tango, Tango, die ganze Nacht! Ja. 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 Ja! 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 Jetzt kommen wir schnell durch die Story hier. Äh... Wir müssen aber hier hinten lang, ne? Ha! Oder? Das war... Ne, doch nicht. Hier war ein Zeichen, da ist ein Zeichen. Ne. Ach ne, sieht nur so aus. Doch, hier vorne lang. Okay. Hyperion will roll it unbedingt haben. Selbst wenn sie ihn dem Blattschatz nicht abkaufen. Sie werden ihn sich holen. Beeil dich! Ruhe! Wieder einmal weniger! Keine Bewegung! Halt still! Ja! Ja! Das ist schlapp. Das ist eine fantastische Sache. Maak. Damit sie nicht auf seine Seite. Dann bin ich gerade lang, glaube ich. Und dann nehmen sie ihm auf die Seite. Ja! Und schlapp. Halt. Und dann nehmen sie ein. Halt. Ah! Ich find es nicht. Da hinten ist noch ne Couch, ja komm ich? Bitte? Hier hinten ist noch ne Couch denn. Äh... Moment, ich komm ich komm ich komm. Wo ist denn? Yeah. Noch drei Stück. Ah.